Also ich bewirtschafte zusammen mit meiner Frau und zwei Lehrlingen in der freien Ausbildung hier die Hofgeserei Burgmühle. Wir haben 30 Hektar Grünland, 35 Ziegen, fünf Kühe die wir melken, Schweine die wir mit der Molke hochziehen und wir leben davon. Das was ich heute hier gesehen habe überzeugt mich eigentlich davon, dass man Landwirtschaft schon anders auch praktizieren kann, dass sie kleinteiliger sein kann, dass sie wesentlich lebhafter sein kann. Die Tiere gehen auf die Weide, wir machen Rohmilchkäse, also das was sich die Kundschaft wünscht. Wir haben deshalb auch überhaupt kein Problem unseren Käse loszuwerden, generieren damit ein Familieneinkommen und sind glücklich.